Bei Edwin meine Soraka Okay Ich meinte, bei mir wird es nicht vor 3 und 20 Uhr heute Okay, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit Ja nice, dann können wir jetzt zwei Dukyo spielen Ja ne, pass ich mir auch grad so, voll nice Voll cool Bestimmt geh ich jetzt mit dir ein bisschen Dukyo spielen, Digger mit deinem Scheiß-Senschen Brauchen Kannst du dich mal entscheiden, ey Ja Hört man das? Boah, ich hab über Bock auf diese Zyberine gerade Nice Dann steckt sie dir doch in den Arsch Gleich nen Teller und nen Löffel Niggas hat spawned Niggas hat spawned Warum machst du eigentlich eine, bis es immer weniger ist? Weil ich den cooleren PC hab Was hat mit nichts zu tun? Oh Doch, hat was damit zu tun Doch, hat was damit zu tun Habe ich über Hyping Habe ich über Hyping Habe ich über Hyping Und die PC ist sehr alt Wäre ich für mich jetzt super cool Mhm Guck Wie ich schon Updancer Ich hab Angst Wovor? Das ist tolle Kommen wir mit Du brauchst entspannen Mitte kein Flash, kein Ignat Stai wippern Niggas hitten Blub Blub In der P-Range bleiben Er hat First Blub bekommen Egal Für mich ist der Kerwichtiger Er verliert Minions noch Ne, und er hat CS gemisst Und ich bin der bessere Spieler Und ich äh Krieg keinen noch Er nicht Weil du dich einfach noch mal Hitten lassen lässt Von der Co von der Momo Gewinn wie das Über hat Diel Tötet ihn Ja, ich vergess das halt immer Dass ich äh Kehl dabei hab Ne Ah, ich dachte mal Reddorf lastet Entschuldigung Noob Ok, McLean Flip Outtack Nice Sticker Nice broken jab Ok, zappren Ach, sie können schon Stopflash Ich hab's Easy What? Ich hab den Solo-Kill gekriegt Egal wie's aussah Halt die Fresse Halt die Fresse Du musst den Gegnern Die Wahrheit sagen Genauso wie man Seinen Teammates Die Wahrheit sagen musste Einfach schlecht Alex, du bist schlecht in dem Game Guck Und dass du das nicht einsiehst Zeigt Was für ein Noob du bist Und der Mumu Ja Ich wusste es René würde Ten times nine peak sein Wenn er einfach nur spielen würde Und das ist Fakt Zed ist Miss Zed könnte Botlane oder Toplane sein, ne? Achtung Sein, dass er Ten times nine peak wäre Aber auf jeden Fall nicht Ten times nine peak auf Jax Ja, ist Toplane Kann ich dir mal sagen Zed ist Mitte Wir können die Diana boxen Oh, what? Nicht getroffen Ja, die läuft Ich weiß Ich geh hier Aber du kannst da nichts machen, ne? Äh, 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 äh Oh mein Gott Okay Ich bin nicht reingekommen Zed ist wieder Miss Pass auf Ne, ist mir Verlaufen Okay, Zed geflasht Oh, hast du Schild? Marschinen Oh mein Gott Ich dachte, die macht viel mehr Dämmel von ihrer EE Ich dachte, die macht viel mehr Dämmel von ihrer EE Ja, das hat jetzt zwei Stacks Wir wissen nicht, ob alles ab ist, ne? Die kommen langsam hin Okay Bumm Na, ist gut schon Ich lass sie natürlich die Kipp Lässt sie natürlich den Kipp Das sind die Kämpfer Hier ist die Diana Ja Ich hab nichts mehr, also ich kann ruhig grad nichts mehr Ich werde schon rufen Hä? Ich kann gerade Plating kriegen Das finde ich wichtiger Boah, Lörd! Oh okay Wie er schon flamen will bevor er es richtig verloren hat Oh, ihr ist wer? Ich wenn Er hat Level abgekommt Er hat Level abgekommt Er hat Level abgekommt Wenn er schon flamen will bevor er es richtig verloren hat Der Mumo wird überfett, der hat schon einen Mindshattern bekommen Oh, helf dich Digga, ich krieg Tabix jetzt gleich gegen Sinch Digga, pass auf Solche Showtracks kannst du halt nicht machen, Gintustana wenn sie Hell of Plates hat Musst du aufpassen Alex, drück mal 4 Ja Nice, good job Kurzer Reminder Jo Come on, use this cookie send Oh, die kickt mich jetzt, oder? Okay, danke für den Kick Der hat keine zweite Code, der hat schon Code Ich hab zuhause Diese, dieses wegkicken hat mich grad Axie überwettet Hättet ihr mich grad Axie umbringen können? Ja Scary X-Flash Ich hab' noch mal auf die E Ich hab' noch mal auf die E Ich hab' noch mal auf die E Aber Müssen wir nicht machen Echt ein Wetter Ich werd' noch zurückgehen Ich hab' noch mal auf die Ecke 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 Lass' mir den Kill Ich hab' den Kill Lass' mir den Ich hab' noch mal auf die Ecke Am schönsten Du mich, du hast die Bombe auf dir Zett könnte immer noch Potlame sein, ne? Ja, aber du meinst Das ist eigentlich mehr Toxisches Arschloch Krass Wie bitte? Was, bist du eigentlich mal so ein Toxisches Arschloch? Ist ja krass Hä, what do you mean? Ja, das zinscht du TP Ich hab' nur gesagt Ich hab' nur gesagt Das du den Kill lassen sollst Ich wollte jetzt das Item haben Mir fehlen 100 Euro Sieht auch aus wie zinscht die AL Ich hab' noch nicht gehört Was du gesagt hast Digga What the fuck is mit Was ist der Mumu eigentlich? Was ist denn deine Mission? Was ist denn deine Mission? Was hat er denn dort? Kommt Toplame? Oh, jetzt sind einen fertig Und Stainville für den Bait Ja, du musst nicht Baiten War ich schon ein guter Bait? Ja eigentlich Ja, Diana ist da Jetzt muss ich auf jeden Fall Bisschen Ich hab Ulti jetzt gleich Ja Aber die wird sowieso dingsen Sehr schön Danke für den Kills Ja Hast du den auch? Hast du den auch? Ja, ich brauch' das Gold Wichtiger Gameplay Riesens Ja, Kha'Zix braucht keine Kills Kha'Zix Kha'Zix Wer ist denn? Komm, der Chap ist broken Das geht schon so Ja, Kha'Zix Ja, broken, ja Ich hab's eigentlich schon nicht so gut Ich weiß Ich weiß nicht Ehrlich gesagt Ich spiel zu mir die Solo-Kjums einzuschätzen Ich hab' noch keinen Gameplay Kha'Zix gesehen Bis ja In meiner Solo-Kjum Tom Das war kein Flame Ich wollt' nur die 100 Gold haben für das wichtige Item Das war auch kein Flame Ah LOL Hätte ich den Assist bekommen hätte ich auch das Ich bin so dumm Sorry, my bad Ich hab Action nichts gesagt Das war doch ein Flame dann My bad Ich bin so dumm im Kopf Digger Ich hab' eine Siske mit 150 Gold My bad My bad Oh, Kha'Zix Ja, Kha'Zix noch, Digger Ja, Kha'Zix noch, Digger Aber es ist halt schon Die Wahrheit irgendwie Was, was ist die Wahrheit, hm? Es ist halt schon Toxisches Arschloch Ich könnt'n Kellis Du holen, so Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Lügenfresse So wie ich Er sagt einfach nur Die Wahrheit Er sagt einfach genau das, was er denkt Ich wollt' halt unbedingt das Item haben Deswegen bin ich auch gestalt Hast hier den Rekorn abbrechen gesehen Hm, hm, hm Ja, Momo ist weg Ich hoffe, ja Oh Oh Ah, Banner Jo, ma, jo Okay, Jungs Use mal mehr Abilities Ey, what? WP, guys You are really good in this game Bot Lentum dafür Ich wollt' ja Top Lentum ganken Aber da hab' ich die RP gesehen Ja, ja Okay, komm Die hat gerade mit ihrer Ulti ihre ganzen HP wiederbekommen Ich kann nicht mal Herat machen Ist ja belastend Ich CP jetzt eh wieder So, all good topside Okay, die Kills auf 1 haben sich gelohnt Jetzt gehen wir actually Richtung Herat Oh, ne, oh, ne, oh Setz können wir raus kommen Der ist bot Wir sind am Herat dran Ich komm' mal, ne Homo Ja, na, keine Ulti Sehr schön Hallo Kann ich meine Maus Kann ich meine Maus Ich war grad schon so Wolltest du dem Ohr jetzt doch Kills schenken Weil das jetzt Ne, meine Maus Irgendwie grad auf dem Halter Bildschirm Hast du kein Champion Targets Only an? Hörst du da so? Wie bitte? Hast du kein Champion Targets Only? Doch, aber mein Dings war grad auf dem Auf dem falschen Bildschirm Achso, ich hatte das Ich hatte das Problem auch Das ist ein bisschen mehr auf Wenn du willst Können wir gleich Mitte planten, ne? Oder jetzt Ja, müssen wir ja für den Volt Aber der Mumu ist auch around Bist du mit nicht? Aber was sollst du sagen? Doch, müssen wir Doch, ah, loll Ja, das ist ein schlechter Flip gewesen Oh Der Mumu hat auch keinen Bock mehr sein Ja Ja Verständlich, dass er keinen Bock mehr hat Irgendwann ist Oh, ich krieg keine Eis, Leute Queue Fuck Mütling geschaut Die, die wirklich Die kann mich umbringen Dabei, kill den Ja, aber ich hab keinen Jump, Digga Jo, Mario, Digga Er hat auch keinen Jump Scheiße Ich kann da nicht helfen, Digga Ja Piu Ha Ich will dir jetzt einen Mittlen Turret scherzen, na? Hallo Dann was, hä? Dann was, dann was, hä? Ich werde mich verlaufen, mit der Plug Ich werde mich verlaufen, mit der Plug Ja, mit der Plug Das muss, Digga HAAA HELP DIGGA Schärde einen Mittlen Turret mit mir Alter Kill den, kill den, dabei, dabei Wo ist unsere Lolo eigentlich? Base Sie brauchen neue Worts HAAA 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 WP2D Emumu Ja, doppeln weggegangt. Dann lass mal bitte Turret einreißen. Der ist doch weg, bist du behindert. Achso, ah, der... Ah, okay, nice. Alles weg, Digga. Alles weg. Oha. Michael. Ich will leben. Mein Turret. Mein Turret. Wir müssen gleich Potlern helfen. Mein Turret. Hab ich schon gelandet. Achja, die Karies. Nix. G plus Singed Moms ist gleich Singed. Hä? Sind aber okay. Oha. 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 Ey! Ich wurde denn so verkauft, ey. Sorry, ich hab dich verkauft. Ich wollte Didiano unbedingt noch haben, aber ich hätte anderen beiden killen können. Sorry. Hallo. Kannst du mal mitlenk kommen? Mitlenk-Turm. Hallo, Singed. Wo bist denn du? Ein gewissen pulmiert. Jalex. Gibt es eigentlich Seriescans? Außer diesen komischen Rose Blossom? Ja. Ich hol mir gleich den Rose. Ist der cool? Ja, der ist gut. Du musst dir noch einen Lucian-Skin holen. Ja, komm 22 Uhr. 23 Uhr. Ich komme nur rum. Pass auf, Toilet-Paper greift die gleich an. Oh, Bewegung ist vorhanden. Oho. Jo, warte nur. Schaut los hier ab. Wir können direkt kein Live spielen. Ey, hoi! Ist hier eine Selbsthilfegruppe? K-S. Ja, da sind 5 Leute drauf auf dem einen und der sagt K-S. Ja, Digga. Ihr wisst, wer ihm den Kill lassen soll. Ja, stimmt. Niesmal. All to one. Okay, Toilet-Paper ist wieder am Start. Okay, sie denkt auch einfach, sie kann einfach machen, was sie will. Oh mein Gott, Digga. K-S. Oh nee, warte, K-S. K-S, Alter. K-S. 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 K-W-S. Das ist Bane, aber ich werde dich reporten auf Skype. Ach doch. Digga, letztens einer in Gold. Er hat geschrieben, ich reporte den bitte für Verbal Abuse, weil er in Discord geflamt hat. Ich dachte mir so, Bro, what the fuck. Ja, ist doch. Schon egal. Hä? Das kann Riot auch nachverfolgen. Na, true. Sie sind doch Discord. Hup. 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 Schöp.